Wir kommen nun von den Erfahrungen des Facility-Managements bei Bosch zu neuen Möglichkeiten, die Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Gebäudetechnik helfen sollen. Live-Daten-Monitoring ist kein neuer Begriff, den kennen Sie wahrscheinlich. Aber was heißt das eigentlich genau? Vielleicht versuchen wir es anhand eines einfachen Beispiels. Ihr Aufzug im Gebäude ist kaputt, fällt einfach aus. Das ist sehr ärgerlich und was natürlich praktischer gewesen wäre, wenn Sie vorher gewarnt werden würden, dass etwas nicht stimmt mit diesem Aufzug. Durch ein Live-Daten-Monitoring kann vorzeitig gewarnt werden und eine Störung angezeigt werden. Sie können dadurch Kosten sparen und auch noch Ihre Performance steigern. Der nächste Vortrag wird Ihnen zeigen, wie moderne Analysen möglich sind, und unabhängig vom Alter und Modell der Gerätschaften. Die Experten hierfür sind Stefan Rademacher und Holger Behrens. Stefan Rademacher ist Teil des Bosch I.O. Building Teams, das nachhaltige IoT-Lösungen für Unternehmen realisiert. Er ist der erste Kontakt, also ein Partner von der Beratung bis zur Umsetzung von IoT-Projekten. Holger Behrens ist unser Experte für neue Lösungen und Geschäftsmodelle bei Bosch Energy and Building Solutions. Dann freuen wir uns auf den Beitrag. Herzlich willkommen, Stefan und Holger. Facility Management 4.0, das klingt oder hat so diesen Hauch auch von Industrie 4.0. Es geht um Sensoren, IoT. Es geht um Daten in die Cloud zu bringen, in der Cloud mit den Daten, moderne Analysen zu machen, Machine Learning. Aber wenn wir das jetzt vergleichen mit der Industrie 4.0, dann haben wir sicherlich im Facility Management oder bei Ihnen es zu tun mit den Bestandsgebäuden. Es sind nicht so wie im Industrieumfeld, dass die Anlagen oder die Fertigungslinien ein paar Jahre dastehen und dann wieder abgerissen werden oder umgebaut werden. Nein, Sie haben Ihre Gebäude, Ihre Anlagen haben einfach schon ein paar Jahre auf dem Buckel und es gilt es, diese 4.0-Elemente und Fähigkeiten auch bei diesen Anlagen auszunutzen und dieses Wertversprechen von dem 4.0 bei diesen Anlagen auch wirklich auf die Straße zu bringen. Und was wir Ihnen zeigen möchten, ist, dass so etwas möglich ist und zwar genau wie man mit den Bestandsgebäuden, mit den Bestandsanlagen diese Analysen durchführen kann. Das Beispiel, was vorhin erwähnt wurde mit dem Aufzug. Wir werden Ihnen zeigen, wie man an zwei Beispielen, das wird der Stefan nachher machen, zeigen, wie die Sensoren entweder nachgerüstet werden bzw. wie sie sich aufschalten auf die GLT. Wie gesagt, dazu gibt es nachher zwei Beispiele und das Ziel dahinter ist, die Störungen zu vermeiden und einfach auch Zeit zu sparen bei Ihrer Datenanalyse, wenn es um das Thema Störungen geht bzw. Kosten zu sparen. Jetzt machen wir trotzdem nochmal den Sprung auf Ihre aktuellen Bestandsgebäude. Stefan Regert hat es vorhin gerade erwähnt, dass der wichtigste oder der wichtigste Punkt, den er hat, sind die Profis vor Ort, ich glaube, so hat er es genannt, die dafür zuständig sind, dass Sie sich in den Gebäuden oder dass wir uns jetzt bei Bosch in den Gebäuden wohnfühlen. Aber für Sie als Facility Manager und das ist das, was auch der Stefan Regert uns spiegelt, ist der wichtigste Mann und der wertvollste Mann ist der Experte vor Ort. Aber dieser Experte vor Ort, so hören wir es auch hier und da immer wieder, ist mit den Anlagen, wird nicht unbedingt immer auf den optimalen Punkt gefahren. Es gibt so Themen, wo man sagt, ich habe eine sehr, sehr komplexe Gebäudestruktur, ich habe eine sehr, sehr komplexe Anlagenstruktur. Und ich traue mich jetzt gar nicht ran, die Betriebspunkte in dieser Anlage zu verändern, weil never touch a running system. Was Sie vielleicht auch sehen und was Sie vielleicht auch kennen und das ist jetzt auch vielleicht ein rotes Tuch bei Ihnen, das ist das Thema Dokumentation. Sie haben erlebt, dass Ihr Vorgänger vielleicht nicht richtig dokumentiert hat oder selber sagen Sie, ich habe gar nicht die Zeit, bei all diesen Themen die Dokumentation sauber nachzuführen. Und ein Punkt, der ja auch immer wieder hier ins Feld kommt, ist das Thema Fachkräftemangel. Wie kriege ich es denn hin, dass die jungen Leute einfach up to speed kommen, beziehungsweise vielleicht sind auch Sie so ein Experte, der nicht nur eine Liegenschaft hat, sondern mehrere Liegenschaften betreuen muss und damit auch den Überblick zu behalten. Einfach, weil es gar nicht die Leute gibt, die dieses Know-how haben, um die Liegenschaft, um die komplexen Systeme, die dort vorhanden sind, im Detailgrad zu betreuen. Wie wollen wir das machen? Wie können wir Sie da unterstützen? Und ich möchte jetzt hier ein paar Hintergründe geben. Was wir vorhaben oder was wir aktuell machen, ist, Ihnen Tools zur Verfügung zu stellen, dass Ihre Fachkräfte, Ihre Experten besser arbeiten können, sich Zeit sparen können bei der Datenanalyse. Und wie geht das Ganze vor? Das Ganze geht wie folgt vor. Das ist jetzt so ein IoT-Stack. Sie brauchen erst mal die Sensordaten. Wichtig ist, dass wir die Daten haben, dass wir sie verarbeiten können. Und wie schon erwähnt, geht es darum, entweder sich aufzuschalten auf die GLT. Das sind die einschlägigen Protokolle, Bucknet, Modbus, KNX oder wo es dann darauf ankommt, das ist nicht das Ziel, es immer zu machen, aber da, wo es dann darauf ankommt, Sensoren nachzurüsten. Über Gateways, wir hatten es auch bei der Energy-Plattform da schon ein paar Hinweise von, kommen die Daten dann in die Cloud. Und in der Cloud spielt dann die Musik. Und wenn ich jetzt gerade sage, da spielt die Musik, vorhin wurde es erwähnt, es sind die BIM-Modelle, aber was ist das jetzt genau? Es geht darum, die Anlagenstruktur, die Anlagentopologie abzubilden, diese Verständnisse, wie diese Anlage auch im Gebäude ist. Also die Verzahnung hinzubekommen, wie diese Anlage im Gebäude arbeitet, wie sie dort aufgebaut ist, um dann auch die Besonderheiten des Gebäudes in die Analysen mit einfließen lassen zu können. Also genau diese Verzahnung ist das, was hier den Wert macht. Das ist so, wir nennen es Digital Twin, das ist so dieses Buzzword dazu. Und hier steht es mit Raum- und Anlagenmodellen. Und genau diese Verzahnung hilft uns und hilft der Analyse, Besonderheiten herauszurechnen und zu analysieren, Insights, wie wir sie nennen, die vielleicht nicht mit einem speziellen Punkt in der Anlage zusammenhängen. Es mag ja sein, dass in einem Lüftungssystem vielleicht die Ursache für eine Störung viel, viel weiter vorne ist, in den Zuführkanälen. Und um diese Sachen zusammenzubringen, ist es notwendig, diesen Digital Twin zu haben. Und das ist die Grundlage, um dann diese Analysen, diese Insights für Sie aufzubereiten und als transparente, plastische Hinweise zu geben, wo Sie sagen können, okay, damit kann ich arbeiten, jetzt bekomme ich an der Stelle etwas kaputt, hier muss ich eingreifen, hier muss ich einen Servicetechniker holen. Also genau diese Reihenfolgen sind entscheidend, um Ihnen dann die Arbeit zu vereinfachen und auch eine Transparenz darzustellen. Ich glaube, das wichtige Wort ist an der Stelle wirklich die Transparenz, dass auch Sie als Experte verstehen, wo ist es denn, wo ist denn die Ursache davon, um die richtige Ableitung davon zu machen. Was Sie jetzt hier auf dem Bildschirm sehen, ist ein Überblick von den ganz klassischen Smart Building Use Cases, Anwendungsfällen, die wir anbieten. Und was wir jetzt, um hier Ihnen ein bisschen weiteres Demonstration zu geben, und es heißt ja auch Live Daten Monitoring, möchten wir zwei von denen herausgreifen. Das ist einmal der Lift Manager und der andere Use Case ist HVIC Systems Insight. Also es geht darum, die Analyse von Klimaanlagen, Heiz- und Klimaanlagen. Und diese Demonstration wird der Stefan jetzt für Sie vornehmen. Ja, Holger, vielen Dank für das Intro. Wie Holger schon gesagt hat, wir werden uns jetzt eben ganz konkret einmal zwei Beispiele anschauen, wie denn so eine Lösung funktionieren kann. Und zwar an dem Beispiel von Aufzügen und Klimaanlagen. Und dafür machen wir jetzt mal eine kleine Reise nach Singapur. Und zwar in unseren Campus dort. Und was Sie hier eben schon sehen, ist eine Live-Umgebung von diesem Campus. Wir sehen, es laufen eben verschiedene Messwerte von diesem Gebäude hier ein. Und wir sehen hier zum Beispiel schon, wie voll die Kantine gerade ist, wie viele Leute sich im Fitnessstudio befinden. Oder eben auch, welche Parkplätze sind jetzt frei oder wie viele sind eben gerade belegt. Was uns jetzt hier aber interessiert, ist eben das Thema Aufzüge. Und bei den Aufzügen ist es ja eben so, dass ich oftmals eben viele verschiedene Aufzüge verschiedener Hersteller habe in unterschiedlichen Gebäuden, was einfach die Wartung und das Management dieser Aufzüge sehr, sehr komplex macht. Und am Ende bekomme ich wahrscheinlich als Facility Manager den Anruf oder die E-Mail erst, wenn es zu spät ist. Das heißt, wenn der Aufzug schon ausgefallen ist. Und genau dafür haben wir eben mit unserem Partner TÜV Süd als Aufzugsexperten eine Lösung entwickelt, die es eben möglich macht, verschiedene Messwerte vom Aufzug zu erfassen, diese zu analysieren und eben zu verhindern, dass der Aufzug überhaupt erst ausfällt. Das heißt, ich gebe dem Facility Manager ein Tool an die Hand, wo er genau sieht, welcher Aufzug hat gerade ein Problem und kann eben früh genug eingreifen, um zu verhindern, dass der Aufzug ausfällt. Hier sehen wir jetzt auf dieser Karte eben unseren Standort in Singapur. In dem Fall ist es eben nur ein Gebäude. Man könnte das natürlich jetzt hier ewig ausweiten und verschiedene Gebäude auch zeigen. Und wir sehen hier eben schon ganz in einer kurzen Übersicht, ich habe hier drei Aufzüge, die in diesem Gebäude eben angebunden sind. Und es sieht so aus, dass alle drei Aufzüge eben irgendein Problem haben. Und genau das möchte ich mir jetzt natürlich mal im Detail anschauen. Wir sehen hier eben eine Übersicht über die drei Aufzüge. Das heißt, wo sind diese Aufzüge, in welchem Gebäude, den Hersteller. Und eben hier schon erste Indikationen darüber, dass hier gewisse Meldungen eben vorliegen, dass irgendwas in diesen Aufzügen nicht stimmt. Zusätzlich dazu habe ich hier eben ganz rechts den sogenannten RTD-Wert. Das steht für Remaining Time to Downtime. Und hier ist es eben so, dass die Lösung vorhersagt, wann der Aufzug voraussichtlich ausfallen wird. Das heißt, in welchem Zeitraum. In dem Fall ist es jetzt hier eben ein rotes Ausrufezeichen. Das bedeutet, dieser Aufzug wird voraussichtlich innerhalb der nächsten fünf Tage ausfallen. Das heißt, ich habe hier schon eine erste Indikation, wie dringend ich hier überhaupt eingreifen muss in meine Aufzüge. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Also wir springen jetzt hier mal in die Detailansicht dieses Aufzugs. Man sieht hier, wir erfassen verschiedene Daten des allgemeinen Betriebs von diesem Aufzug, wie zum Beispiel der Hersteller, das Modell des Aufzugs, die Kapazität und so weiter und so fort. Und darüber hinaus erfassen wir eben viele verschiedene Messdaten. Man sieht hier auf dieser Übersicht einmal einen kurzen Ausschnitt davon. Aber insgesamt erfassen wir eben Daten, wie zum Beispiel die Vibration, die Beschleunigung, die Türöffnungszyklen, Türschließzyklen, aber auch das Leveling zwischen Aufzug und Etage. Im Hintergrund werden genau diese Daten eben analysiert. Und unser Partner, der TÜV Süd, interpretiert diese Daten auf Sinnhaftigkeit oder auf Fehler. Das heißt, am Ende bekomme ich hier eben ganz genau Meldungen ausgespielt von Aufkelligkeiten in diesem Aufzug, was hier genau nicht stimmt und was eben dazu führt, dass der Aufzug irgendwann ausfällt. Wenn ich mir das mal im Detail anschaue, sehe ich jetzt zum Beispiel hier eine Meldung über eben nicht normale Vibrationen entlang der Längsachse vom Aufzug. Und ich bekomme hier auch schon erste Indikatoren angezeigt, was der Grund dafür sein könnte. Also der wahrscheinlichste Grund und der weniger wahrscheinliche Grund. In dem Fall ist es wahrscheinlich eben irgendwie die Laufschiene von dem Aufzug, die defekt ist. Und zusätzlich bekomme ich hier eben entsprechend schon Handlungsempfehlungen angezeigt, die ich befolgen kann, um eben dieses Problem jetzt zu beheben. Das heißt, am Ende verbessern wir mit dieser Lösung eben die Sicherheit vom Aufzug. Wir sorgen dafür, dass er gar nicht erst ausfällt. Und dadurch sparen wir uns natürlich eben einerseits Kosten ein, dadurch, dass wir weniger Ausfälle im Aufzug haben und eben auch dadurch weniger spontane Wartungskosten. Das Ganze kann man sich eben jetzt auch bei dem Thema Klimaanlagen anschauen. Und da gehen wir jetzt hin und jetzt machen wir einen größeren Sprung von Singapur nach Phoenix in die USA zu dem Bürogebäude von Climatec in dem Fall. Und wir sehen hier schon schön, dass dieses Bürogebäude eben in unterschiedliche Bereiche unterteilt ist und diese Bereiche eben von einer Klimaanlage versorgt werden. Bei einer Klimaanlage ist es ja ähnlich wie beim Aufzug eben so, dass ich zwar von außen sehen kann, funktioniert diese Klimaanlage einwandfrei und versorgt sie die Räume mit Luft, aber vielmehr auch eigentlich nicht. Denn was ich nicht sehen kann, ist, ich kann nicht in das Innere dieser Anlage sehen. Ich kann nicht sehen, läuft diese Anlage vielleicht nicht zu 100 Prozent effizient oder strömt irgendwo Luft, wo sie nicht strömen sollte und habe ich dadurch eben einen unnötigen Energieverbrauch, den ich vermeiden kann. Und genau das macht diese Lösung. Wir sehen eben hier auf dieser Übersicht, dass wir einerseits eben ganz allgemeine Betriebsdaten erfassen, wie zum Beispiel Gebäudekomfortdaten, Temperatur, Luftdruck etc. und aber auch eine Übersicht über eben den Aufbau dieser Anlage mit seinen Einzelheiten zeigen. Und das wirklich Spannende ist eben hier unten eine Liste an sogenannten Insights, das heißt Auffälligkeiten, die wir jetzt in dieser Anlage entdeckt haben. Und das wollen wir uns jetzt mal im Detail ansehen und sehen hier eben, wir haben eine Luftklappe, die anscheinend eine Leckage hat. Das heißt, es strömt eben hier irgendwo Luft, wo keine Luft strömen sollte. Und wenn ich mir das hier anschaue, sehe ich eben einerseits ganz genau, wo ist jetzt das Teil, was diesen Defekt hat. Das heißt, ich sehe hier, da wird der Raum A106 angesteuert. Und diese Luftklappe hängt eben am Luftverteilergebilde A2. Und ich sehe eben hier schon, was bedeutet das für mich. Also das heißt, hier ist eine Leckage vorhanden. Das heißt, es fließt irgendwo oder strömt irgendwo Luft, wo eigentlich keine Luft strömen sollte. Das heißt, ich verbrauche unnötigerweise Energie, denn dort sollte die Anlage eben nicht laufen. Und ich bekomme hier, wie eben auch schon gezeigt, konkrete Handlungsempfehlungen, was ich jetzt machen kann, um dieses Problem zu beheben. Wie erkennen wir jetzt, dass da wirklich eine Leckage ist? Das funktioniert so, dass wir eben verschiedene Messdaten aus dieser Anlage erfassen. Also zum Beispiel Lufttemperatur, Luftdruck, aber auch gewisse Daten von der Anlage selber, Luftstromdaten und vieles mehr. Wir analysieren diese Daten im Hintergrund und überprüfen die Kombination dieser Daten auf ihre Sinnhaftigkeit. Das heißt, ganz einfach gesagt, wenn ich quasi sehe, dass eine Luftklappe in dem Fall zu 100 Prozent eigentlich geschlossen sein sollte und es strömt irgendwo trotzdem Luft, dann weiß ich eben, da muss eigentlich eine Leckage sein. Das heißt, da strömt Luft, wo keine Luft strömen sollte und ich verbrauche unnötig Energie. Das heißt zusammengefasst, wir ermöglichen es mit dieser Lösung, eine Klimaanlage eben sehr viel effizienter und besser zu handeln. Wir reduzieren die Kosten dadurch, dass wir eben unnötigen Energieverbrauch aufdecken und einsparen. Und wir machen diese Anlage natürlich auch nachhaltiger und umweltfreundlicher am Ende. Genau, das war es an der Stelle erstmal zu den Live-Demos von den Aufzügen und von der Klimaanlage. Und jetzt übergebe ich wieder an meinen Kollegen Holger, der einfach nochmal die Hauptbenefits von diesen Systemen zusammenfassen wird. Ja, ich denke, es sind zwei wirklich schöne Beispiele für vorausschauende Wartung und auf das kommt es uns hier eigentlich besonders darauf an. Es macht es transparent, wie das System funktioniert. Was ist denn gerade los mit dem System? Und Sie bekommen den Überblick. Wir haben ja gesagt, ganzheitlicher Überblick. Warum brauche ich den Überblick? Damit Sie vor Ort eine Entscheidung treffen können. Dass Sie diese Entscheidung machen, was gilt es denn jetzt zu tun und nicht lange Zeit damit verbringen, sich in irgendwelche Menüs zu klicken und herauszufinden, oh, ist jetzt dieses oder jenes System, ist es jetzt vielleicht dieses oder jenes Bauteil. Die klare Aussage dazu, es ist eine Vibration, wie es beim Liftmanager der Fall war und dann auch die Handlungsempfehlung dazu. Dann wissen Sie schon mal, was Sie zu tun haben. Dann können Sie darauf eingehen und ja, gibt Ihnen eine Richtung und wie gesagt, spart Ihnen Zeit. Hilft Ihnen die Anlage natürlich damit zu optimieren. Sie reduzieren Ihre Stillstandszeiten, das sind die ganz klassischen Themen. Die bei der vorausschauenden Wartung natürlich gelten, was sich dann auch auf die Betriebskosten auswirkt. Was wir machen wollen und was wir deutlich machen wollen und dann nochmal den Bogen hin zurück zu den zwei Gebäuden, wo der Stefan vorhin die Demo gegeben hat. Das waren alles Gebäude, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Also das heißt, das ist der Bestand. Es sind nicht mehr die neuesten Anlagen. Und wir haben hier unser System draufgeschaltet mit ein paar, wie gesagt, auf die Gebäudeautomationen bei Climatec in dem Fall, beziehungsweise mit Sensorik beim Liftmanager. Und konnten damit diese Analyse-Tools, diese komplexen Sachverhalte durchgehen, durchspielen und dann für sie aufbereiten, anwenden. Und was ich wirklich hier unterstreichen möchte ist, und Stefan Regan hat es vorhin gesagt, Sie sind der Profi, der FCM sind die Profis vor Ort. Wir wollen Ihnen hier ein Tool zur Verfügung stellen, um Ihre Fachkräfte das Leben zu erleichtern, um Zeit zu sparen, um Kosten zu sparen und damit natürlich auch Ihre Anlagen, die Sie jetzt schon haben und die Sie auch die nächsten Jahre noch haben, zukunftssicher zu machen. Falls wir jetzt ein paar Anwendungsbeispiele gesehen haben, die Sie interessieren, wo Sie sagen, ja, das wäre ein Thema, was bei uns vor Ort interessant ist, wo Sie einsetzen möchten, so würden wir uns freuen, wenn wir mit Ihnen in die Diskussion gehen könnten. Herzlichen Dank.